auch das war oder ist für mich neu und zwar habe ich das noch nicht gesehen das finde ich sehr angenehm supercharger restzeit zum weiterfahren zehn minuten das ist entweder neu oder es ist schon was länger da ich habe es persönlich noch nicht gesehen finde ich aber sehr angenehm weil ich dann nicht jetzt noch schauen muss im trip wie viele minuten da und so weiter das war ein bisschen umständlich wird jetzt direkt mit angezeigt sehr positiv sagt mir mal oder schreibt mir mal in die beschreibung ob das schon länger besteht oder ob das jetzt neu ist alles klar der jörg hier aus oberhonnefeld ja tschüss so jetzt sagt er sogar genug ladung zum weiterfahren in großer schrift auch das ist mir neu falls auch das nicht neu sein sollte schreibt mir mal die kommentare ich habe es noch nicht gesehen finde es aber wirklich sehr sehr gut dann würde ich sagen auf zur weiterfahren kleine verbesserungen perfektionieren das große und ganze ich finde es gut